Jo Leute, ich bin's der Eure Knossi, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um eine richtig, richtig, richtig geile Aktion, die euch betrifft und die eigentlich auch mich betrifft. Also betrifft sie uns eigentlich beide gegenseitig, denn Playstation, also Sony, veranstaltet im Jänner eine richtig, richtig geile Aktion für YouTuber und auch für euch Abonnenten da draußen. Denn durch Sony haben wir, also ihr und ich, die Möglichkeit dazu, vier Tage in St. Anton, diesen Skiort, zocken, Skifahren, Party machen, was das Zeug hält. Nur es gibt einen Haken daran. Wir müssen uns nämlich erst qualifizieren dafür. Wie schaut das Ganze aus? Denn ihr da draußen müsst für mich voten, dass eben ich mit einem von euch nach St. Anton gehen kann und das Wochenende unseres Lebens erleben werden. Das Ganze sieht also folgendermaßen aus. Ihr geht jetzt auf Twitter, macht euch einen Account, wenn ihr keinen habt. Wenn schon, dann ist mal der erste Schritt erledigt. Zweitens könnt ihr mir mal folgen dort. Ich meine, ja, das ist zwar nicht Pflicht, aber ich kann euch auf jeden Fall machen. Und dann bitte ich euch, postet folgenden Hashtag PS4LiveKnosti und auf der Homepage unten könnt ihr dann sehen, in welchem Ranking ich gerade stehe, im Gegensatz zu anderen YouTubern. Es sind richtig, richtig große YouTuber dabei, Leute. Aber zeigen wir den großen Leuten auch mal, dass die kleineren YouTuber mit einer richtig geilen Community auch mal was anrichten können. Und falls ihr es wirklich schaffen solltet, in diesem Ranking nach oben zu kraxeln, dann werde ich mit einem von euch dorthin fahren. Und wie gesagt, es wird dort mega, mega viel erleben und ihr werdet das nie mehr vergessen. Also Leute, postet fleißig. Ich hoffe, ich kann auf eure Unterstützung zählen. Denn, wie gesagt, ich würde mich megamäßig darauf freuen. Die ganze Aktion läuft übrigens bis zum 31. Dezember, also könnt ihr auch einmal am Tag, zweimal am Tag, dreimal am Tag posten. Ich werde dann einfach jemanden aussuchen auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube. Also die Person, die mich am meisten unterstützt, mit der ich am meisten sympathisiere, die darf dann eben vielleicht möglicherweise mit mir nach St. Anton fahren. Und falls ihr Bock auf die Aktion habt, dann wie gesagt, postet den Hashtag auf Twitter. Gebt auch das Video einen Daumen nach oben und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Knosti.